Katalin Kovac in Weiß auf der linken Seite. Conny Wassmuth ist eine echte Sprint-Spezialistin und Sie sehen ganz andere Frequenz, viel schneller bei Conny Wassmuth. Katalin Kovac versucht da mit ihrer Kraft, mit den kräftigen Zügen hinterher zu kommen, aber im Moment in Führung die schnellkräftigere Conny Wassmuth. Sie könnte ja profitieren davon, dass die 200-Meter-Strecke dann olympisch wird ab London 2012 und die Ausdauerfähigkeit von Katalin Kovac ist auf diesen 200 Meter nicht gefragt. Conny Wassmuth gewinnt dieses erste Finalrennen beim Kanalsprint.